wir haben das heute so bezeichnet das ist wie eine nasiha da wird ein bisschen über anwachsen des iman sprechen oder zunahme des iman und und scheich abul hussein wird über das schöne leben oder glückseliges leben sprechen inshallah zunahme des iman das bedeutet also wenn wir schon hören dass der iman zunimmt dann heißt es auch dass der iman auch dann abnimmt auch dann weniger wert wird also zunehmen und abnehmen und großartig großartige segen denn allahs bahnu wa taala den menschen zukommen lässt oder den gläubigen zukommen lässt in dieser welt ist das segen des iman segen des iman dass allahs bahnu wa taala denjenigen mit iman segnet und er und er also der iman ist die quelle alles guten in dieser welt und im jenseits iman ist im grunde eine quelle für das alles alles gute sowohl im dies seit auch im jenseits und er besteht aus stufen und ändert sich ständig also er der iman besteht aus stufen und ändert sich dementsprechend je nachdem wie jemand bestrebt ist sein iman möglichst stabil behält das ist dann die voraussetzung für das beständige anbetung gegenüber allahs bahnu wa taala und dass diese anbetung tatsächlich auch eine gewisse qualität beibehält und imam ahmad rahmallah sagte wurde gefragt ob der iman anwächst und abnimmt eine zunehmend und abnimmt und er antwortete er wächst an bis er den höchsten den siebten himmel erreicht sicher kennt ihr auch den hadith jibril ja der dann gekommen ist seine seine gestalt sozusagen schwarze haare weiße kleidung niemand kennt ihn ähm man sieht auch nicht dass er von einer reise kam bis er dann dem prophet zum prophet zu lassen ankam und sich hingesetzt und fragte ihn berichte über berichte mir über al islam dann sagt er berichte mir über al iman und der prophet antwortete und dann sagt er berichte mir von al ihsan das heißt also diese stufen und wenn jemand stufe des al ihsan erreicht dann hat er eine gewisse qualität der anbetung erreicht die vom hohen maß werden kann al ihsan wie auch der prophet erklärte dass du allah so anbetest als würdest du ihn sehen und wenn du ihn nicht siehst dann sieht er dich doch mit dem bewusstsein dass du allah so anbetest als würde allah als würdest du allah sehen wenn man das jetzt vorstellt wenn du dein lehrer oder wer auch immer sozusagen oder dein arbeitgeber und der ist anwesend dann willst du vermitteln dass du aufmerksam bist und dass du ein zielstrebiger mensch ist dass du auch diszipliniert bist und so weiter und wer diese eigenschaften in der anbetung tatsächlich fließen lässt mit dem bewusstsein als würde er allah sehen dann hast du tatsächlich eine hohe maß an qualität erreicht deswegen sagt imam ahmad rahimallah der nimmt also zu bis ausmaß von siebten himmel und er wächst an also bis bis den höchsten der siebten himmel erreicht und er nimmt ab bis er den untersten teilen der siebten ebenen erreicht bis zum tiefsten punkt kann er kann er kommen deswegen hörst du manchmal ja ich bin nicht mehr so ich meine gebete sind nicht mehr so konzentriert und die zeiten werden immer knapper und so weiter also dieser mensch will damit sagen die qualität der anbetung hat also stark abgenommen das liegt natürlich daran dass was dass der imam ziemlich unten ist und er sagt auch nämlich imam ahmad rahimallah sagt auch imam ist wort und tat also wort und tat das heißt so das heißt so wort der zunge aussage der zunge äh aussage des herzens ja und handlungen sind auch der zunge und der herzen und die gliedmassen das heißt also ja er wächst und nimmt ab das heißt so er nimmt zu und er nimmt auch dann wieder ab und deswegen ist also muss man darauf achten dass der imam tatsächlich nicht so darunter leidet dass sogar äh vielleicht die pflichten äh angegriffen werden wie wenn jemand die rechtsgelehrten sagen ähm ähm spürst du dass du tatsächlich in der anbetung dich entfalten kannst ja und du machst also viele freiwillige anbetung so achte darauf dass du diese handlungen immer aufrecht erhältst merkst du dass der imam abgenommen oder nimmt ab dann achte darauf dass die pflichten nicht angegriffen werden das ist wichtig dass man immer darauf achtet ich mache das nicht mehr aber die gebete da muss ich darauf achten die vorbereitung und so weiter dass meine gebete nicht darunter leiden und andere dinge beispielsweise auch nicht darunter leiden darum enthält das wissen das wissen äh ist also eine große voraussetzung dafür dass äh der imam in der tat auch dann äh äh wächst weil diejenigen die wissen haben sie haben wenn sie das umsetzen ohne zweifel einen größeren Ausmaß von Gottesfurcht darum enthält das wissen über die ursache äh die ursache des anwachsens und das abnehmen des imam und tatsächlich sagen die rechtsgelehrten ist das wissen über die ursache von äußerung von äußerster notwendigkeit das wissen wenn man tatsächlich da äh darauf bestrebt ist äh äh sein imam stabil und und auch möglichst zunimmt dann achte darauf dass du nicht aufhörst wissen äh zu erwerben und der grund dafür ist dass der imam die vollkommenheit des äh äh dienas anzeigt dadurch wenn du tatsächlich das wissen auch tatsächlich auch immer anstrebst auch eine art von vollkommenheit erreichen kannst die ursache meine geschwister für das anwachsende imam das großartige aller streben und desjenigen das umfassende nutzen enthält ist mit sicherheit nichts anderes als der imam das heißt also das anstrebenswerte was man anstreben sollte ist dass der imam immer stabil beibehalten wird und Allah subhanahu wa ta'ala hat viele Bestandteile dafür erschaffen die ihn herbeiführen also den imam herbeiführen und viele ursachen die ihn vermehren und entwickeln das heißt tatsächlich auch dann diesen imam auch dann entwickelt handeln die diener danach nach dem wissen handeln sie danach wird ihre sicherheit stärker und der imam wächst an sicherheit auch in der werte Abdelaziz was machst du? es gibt schwierigkeiten ja bitte zu abdelaziz nein nein das war's nein und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie ausführlich in seinem Buch erklärt das wissen welche Auswirkung das bei einem haben kann damit auch die Voraussetzung geschaffen das ist ja auch die Voraussetzung für einen stabilen imam das heißt also Allah ausführlich in seinem Buch erklärt so wie der Prophet sallallahu alaihi sallam auch in seinen authentischen Ahadithen erklärt hat das wichtigste diese Ursache ist nützliche Wissen zu lernen Wissen das dir tatsächlich auch nutzt dich auch näher bringt ist die Voraussetzung dass du Allah subhanahu wa ta'ala auch näher kommst dadurch das Lernen des nützlichen Wissen das dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi sallam entnommen ist die zwei Hauptquellen wovon du auch tatsächlich deine Seele sättigen kannst und wodurch auch dann durch dieses Wissen tatsächlich auch umsetzen kannst und dadurch hast du die große Möglichkeit dir herbeigeholt die Nähe Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen Imam Ibn Rajab Rahimallah sagte definierte dieses Wissen indem er sagte nützliches Wissen ist das sorgfältige und genaue Erklären und das Verstehen der Texte des Buchs in der Sunna das heißt also das Wissen das sorgfältige und genaue Erklären des Wissens ja dass der aus dem Koran und Sunna entnommen wird und das bedeutet sich dich bezüglich auf die Berichte zu beschränken die die Gefährten Nachfolgern und die Nachkommenden das heißt also auf die erste Generation warum weil sie am besten Al-Quran und Sunna verstanden haben ohne Zweifel ja auch wenn manche sagen es gibt nicht nur die rechtsschaffenden Vorfahren aber die sind für uns am besten und wenn wir uns an sie orientieren dann tun wir uns eigentlich im großen Gefallen wenn wir sie als Vorbilder und natürlich auch die Texte so wie sie verstanden haben denn sie waren die besten Menschen wie Allah im Koran auch sagt und wie er sie auch gelobt hat dass also die Sahaba ohne Zweifel die besten die besten Menschen nach dem Propheten und dann ihre natürlich ihre Schüler und dann die Nachkommenden sie haben also Al-Quran und Sunna am besten verstanden das bedeutet sich diesbezüglich auf die Berichte zu beschränken was wir gerade gehört haben und sie die drei Generationen wiederum auf die Erklärung und das Verständnis von Koran und Sunna sich basieren wenn wir von Allah subhanahu wa ta'ala den Erfolg gewährt bekommen dass wir das auch dann so verstehen so wie sie es verstanden haben dann sind wir auf dem besten Weg vielleicht einige Beispiele wie Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt Allah sinngemäß die Übersetzung Allah bezeugt dass es keinen Gott gibt außer ihm und ebenso bezeugen die Engel und diejenigen die Wissen besitzen die Wissen besitzen begreifen und verstehen und sie bezeugen durch das Wissen bezeugen sie dass Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine ist und genauso aber diejenigen unter ihnen die im Wissen festgegründet sind und die Gläubigen glauben an das was zu dir an Offenbarung herab gesandt worden ist an die was auf den Propheten herab gesandt worden ist durch das Wissen bekommst du natürlich die die richtige Erklärung und genau so sagt Allah subhanahu wa ta'ala glaubt daran oder glaubt nicht und glaubt eben nicht diejenigen denen vor ihm das Wissen gegeben wurde fallen wenn ihm verlesen wird er erbietig das heißt also diejenigen die das Wissen bekommen haben wenn sie etwas vom Koran gehört haben und verstanden haben fallen sie in es zu schuld weil sie das auch verstanden haben und damit diejenigen denen das Wissen gegeben wurde wissen über dies als Wahrheit von Allah subhanahu wa ta'ala sodass sie daran glauben und ihre Herzen sich daran bevor davor demütigen was ich hier damit sagen will ist nichts anderes dass man wenn wir tatsächlich versuchen dass unser Iman auch dann zunimmt dass wir uns an das Wissen orientieren und das ist auch der Grund warum wir auch zusammen gekommen sind damit wir auch uns Wissen weiterbilden und dadurch inshallah auch unser Iman auch dann zunimmt soviel von meiner Seite in Barakallah As-salamu alaikum wa rahmatullah barakatuh Bismillah Alhamdulillah im welcher diese diese bei alle noch alle ok hier 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 ich weiß nicht im Fernsehen war nicht so ja entschuldigung aber im Fernseher machen sie leise wenn ich rede und wenn die anderen reden dann machen sie leiden bei youtube kann man schreien kein Problem ok ja wenn deutsche Power redet ich hoffe damit war ich jetzt nicht gemeint das war nicht rassistisch gemeint Achi du bist der einzige Ausländer hier aber khair inshallah Barakallah fikum wa azzakum la khairan mag Allah subhanahu alaikum und uns allen annehmen amen natürlich Cheikh Abba Jamal jazallah khairan hat eine Grundlage Barakallah fikum saakum la khairan erklärt und das ist der Iman und das schöne Leben Barakallah fikum sagt Allah khairan kann man nicht erreichen außer mit zwei Bedingungen zwei wenn du diese zwei Bedingungen hast dann hast du das schöne Leben und zwar den richtigen Iman zu verinnerlichen und recht schaffen zu handeln deshalb sagt Allah subhanahu alaikum man amila salihan min zekerin au untha wa huwa mu'min fala nuhiyenna hu hayatan tayyibah wer rechtschaffen handelt von mu'min das wird ein Mann der den richtigen die richtige Überzeugung verinnerlicht und Frau die die richtige Überzeugung verinnerlicht und sie handeln rechtschaffen sie werden ein schönes Leben führen und sie werden ein schönes Leben haben und Barakallah fikum das schöne Leben bekommt man indem man das praktiziert was Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat und was der Prophet sallallahu alaikum uns befohlen hat deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala ja ayyuhal ladhina amenu stajibu lillahi wal rasul das wird oh die ihr den richtigen immer verinnerlicht haben stajibu bedeutet macht das praktiziert das was Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat und was der Prophet sallallahu alaikum euch befohlen hat damit ihr ein schönes Leben bekommt deshalb Barakallah fikum diese zwei Bedingungen die ich am Anfang erzählt habe leider die meisten Leute denken dass das gute Leben oder das schöne Leben ist ein Leben mit Geld ein Leben mit viel zum Beispiel Frauen mit vielen Frauen mit vielen Kindern oder das wird das Leben das du materiell alles hast und das ist überhaupt nicht der Fall weil Barakallah fikum das gute Leben das schöne Leben ist erstmal Leben des Herzens und wenn dein Herz nicht am Leben ist egal was du bekommst dann wirst du kein schönes Leben haben und übrigens wenn man denkt dass man durch Vermögen oder durch viel Materia wenn man das hat dass man ein schönes Leben hat dann ehrt man sehr weil diese Leute die viel haben die die haben keine Freunde Freude am Leben und diesen Genuss was man denkt dass sie dass man genießt das ist kein Genuss sondern das ist eine Art Sättigung oder sage ich jetzt Sperrung für das Verlangen was der Mensch hat also der Mensch hat Verlangen und er braucht das zu stoppen und mit dem was die Leute machen und die haben den richtigen Iman nicht und den und die Handel nicht gut oder die Handel nicht recht schaffen die haben kein schönes Leben das schöne Leben ist wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah O Allah das Leben ist nur das jenseitige Leben das jenseitige Leben deshalb wollten wir natürlich in diesen paar Unterrichtern Barakallahu fikum diese Reise anfangen indem wir erklären wie wichtig ist für uns Muslime dass wir an jenseits Barakallahu fikum glauben und dass wir diese Reise vornehmen indem wir ein schönes Leben haben hier in dieser Dunia und natürlich dann inshallah wenn Allah will dass wir ins Paradies kommen der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt man asbacha minkum man asbacha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jesedihi indahu qutu yawmihi fakaannamah hiizat lahu dunia bihadafiriha das bei al-bukhari in al-adab das wenn du aufstehst wenn du früh aufstehst und du bist sicher du bist sicher und du hast Sicherheit und du hast dein du hast deine Versorgung und du bist gesund in deinem körper dann hast du die ganze dunia als ob die ganze dunia zusammen bei dir ist da sollte man sich der muslim diese diese wörter barakallahu fikum da sollte man den muslims sich diese wörter überlegen das ist wenn du gesund bist und du hast deine versorgung du hast dein lebens unterhalt und ähm du lebst in sicherheit dann hast du alles und dafür braucht man bestimmte grundlagen barakallahu fikum und zwar erst mal dass ähm ähm dass man den richtigen iman verinnerlicht und die gewissheit die gewissheit dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrat dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrat dass man mit dem zufrieden ist was Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat und dass man nicht äh sage ich jetzt voreilig wird oder dass man gierig ist in diesem Leben sondern wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir etwas gegeben hat dann sollst du damit zufrieden sein und äh barakallahu fikum dass du Gleichgewicht hältst in deinem Leben Gleichgewicht das heißt du kannst du kannst in dunia du kannst du kannst dich in dunia sage ich jetzt freuen du kannst auch was von dunia nehmen ist überhaupt kein Problem es ist nicht schlimm aber du sollst immer dieses Gleichgewicht haben diese dunia das dieseitige Leben ist eine Prüfung für das jenseitige Leben ich nehme von dieser dunia was ich brauche für das nächste ewige Leben und deshalb da sollte man nicht sage ich jetzt auf einer Seite so alles machen oder auf der anderen Seite alles verlassen sondern immer Gleichgewicht haben und da sollte man barakallahu fikum ein Ziel haben und unser Ziel natürlich ist dass wir Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben anbeten und damit wir inshallah ins Paradies kommen da sollte man auch gut zu den Leuten sein und wenn man das hat dann hat man ein schönes Leben barakallahu fikum wie kann das schöne Leben auch funktionieren für uns Muslime indem wir beten indem wir Koran lesen indem wir Bittgebet machen indem wir auf Allah subhanahu wa ta'ala richtig vertrauen und wichtig ist in diesem Zusammenhang dass du etwas weißt lieber Muslim der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ajaban li amri al mu'mini das bedeutet die Sache eines Mu'mins ist wunderbar die Sache eines Muslims ist wunderbar oder eines Mu'mins ist wunderbar wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt dann zeigt er Geduld dann zeigt er Geduld und dann bekommt er dafür und er sagt Alhamdulillah dann bekommt er dafür Hassanat bekommt er Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala und wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt wenn er etwas Gutes widerfährt dann ist er dankbar und dankt Allah subhanahu wa ta'ala für das Gute und er bekommt dafür auch Hassanat das ist die Sache eines Mumins in diesem Leben vertrauen wir auf Allah subhanahu wa ta'ala und setzen wir unser Ziel wir haben den Iman und wir haben den Weg und wenn wir Recht schaffen handeln dann kommen wir ins Paradies das ist das schöne Leben Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch ein schönes Leben geben und Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Freude in diesem Leben geben zur Freude eines Muslims gehört die sind vier Themen erstens eine rechteffene Frau ein geeignetes geeigneten Wohnraum ein nicht Reittier unbedingt heute gibt es kein Kamel und Pferd sondern du hast ein Auto deshalb Barakallahu wa ta'ala eine Transportbedingung was gut ist und einen guten Nachbar hast du dies dann hast du Freude auch an deinem Leben du brauchst nicht jetzt viel Geld zu haben du brauchst nicht alles am Ende Barakallahu wa ta'ala sind wir im Grab und glaub mir du nimmst mit dir gar nicht wenn du findest wenn du findest wenn du findest dann findest du am Ende Barakallahu wa ta'ala 2,5 Meter mal circa 1,5 Meter mal drei Lagen und das ist dein Kaffeein das ist alles und wenn du nicht verbrannt wirst Möge Allah's Ba'ala Barakallahu wa ta'ala so mit ich genüge mich mit diesen Wörtern Barakallahu wa ta'ala ja so mit Herr Barakallahu wa ta'ala Barakallahu wa ta'ala Barakallahu wa ta'ala wir kommen jetzt zur offenen Runde genau die man tragen hat und die Schwestern auch wenn sie Fragen haben bitte schicken Inshallah ja aber heute nehmen wir mehr von den Brüdern Brüdern ja es gab doch es gab gestern zwei Mikrofone wo sind die wo ist wo ist abdelazie 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 die trink kaffee tig fang schumal an inshallah bis abdelazie abdelazie finisch abdelazie 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 Du tötest ein Kind, der sagt ihm, ich habe dir doch gesagt, du wirst kein Geduld zeigen können. Der sagt, wenn ich nochmal was sage, dann kannst du mich verlassen. Dann waren sie in einem Dorf, sie haben den Leuten gesagt, gib uns etwas zum Essen. Die haben gesagt, nein. Dann hat er eine Wand gebaut, in Ordnung gebracht. Und am Ende, diese Handlungen, ein Kind zu töten, das, 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 alles, für Musa a.s. waren das, weil er das Verborgene nicht kennt, weil er nicht weiß, was Allah bestimmt hat. Die waren nicht in Ordnung. Aber Al-Khadr hat das von Allah bekommen als Befehl. Deshalb sagt er, ma faal tu hu an Amri. Das habe ich nicht von mir gemacht, sondern Allah s.w.t. hat mir das offenbart. Deshalb das Schlechte, was du denkst, dass es für dich schlecht ist, könnte für dich am besten sein, weil Allah s.w.t. dich geschützt hat vor etwas, was schlimmer für dich sein könnte. Und wenn der Moment diesen Glauben, diese Überzeugung hat, ich will das Wort Glauben nicht benutzen, diese Überzeugung hat, diesen Iman hat, mit Gewissheit, dann wird alles leicht. Deshalb übrigens, die Sahaba, als sie geprüft wurden, haben das mehr gemacht, das sie bekommen. Und ich frage mich, wenn ein Zeichen kommt, dann wird die Reue nicht angehängt. Und ich frage mich, wie sie sagen, jetzt, wenn Isa a.s.w. kommt, und dann, ob die Christen dann noch zum Islam konvertieren können. Ja. Das ist ja ein klares Zeichen. Wenn Isa a.s.w. kommt, können die Christen zum Islam oder andere zum Islam konvertieren? Ja, sie können. Schau mal, Achim. Manchmal sagen wir etwas Allgemeines und wir meinen Spezielles. Und das ist auch im Koran. Das wird allgemein gesagt. Ich gebe dir ein Beispiel, damit du verstehst. Diejenigen, die, diejenigen, erst mal, diejenigen, das ist allgemein richtig, aber das Allgemeine hier, wer, wen wird hier, oder wer wird hier gemeint? Mit diejenigen, die Leute haben ihnen gesagt, die Leute haben sich versammelt, damit sie euch angreifen. Dann hat Allah s.w. ihr Iman vermehrt und sie haben gesagt, hasbunallahu an i'mal wakil. Die ersten, diejenigen, wer sind das? Die zweiten, die Leute und die dritte, die Leute. Schau mal, das kommt alles, diejenigen, die Leute, die Leute. Das ist alles allgemein, richtig? Aber einmal bedeutet die Gläubigen, Al-Mu'minun. Einmal bedeutet die Kuffar. Und einmal bedeutet die Leute, die ihnen die Nachricht gebracht haben. Obwohl die drei Wörter allgemein sind. Aber jedes Wort hat eine andere Bedeutung. Und deshalb, wenn wir sagen, wenn die Ayat kommen, wenn die Ayat kommen, dann gibt es keine Taube. Das ist eine allgemeine Aussage. Aber der Prophet s.w. hat uns gesagt, wann und wie und wo die Taube akzeptiert wird oder nicht. Wenn Isa kommt, obwohl die Leute Isa sehen werden, dann Isa a.s. wird nicht mehr akzeptieren, dass man z.B. sagt, ich zahle Jizya. Der wird das nicht mehr akzeptieren. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder Islam oder nicht. Und das ist eine Art auch, dass die Ruhe nicht mehr angenommen wird, aber in dieser Form. Aber wenn die Sonne vom Westen aufgeht und da sagt man jetzt, oh Allah, verzeih mir, vergeb mir, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Definitiv. Wallahu ta'ala ala ala ala. Fikr. Das hat mit Gier nichts zu tun. Gierig ist was und dass man etwas plant im Leben, ist was anderes. Du kannst etwas sparen, damit du etwas kaufst. Du kannst ein Ziel auch im Leben haben. Z.B. du kannst sagen, ich möchte ein Haus oder ich möchte ein Auto oder ich möchte eine Firma gründen. Ist überhaupt kein Problem. Ich spare, damit ich das schaffe. Solange du dein Sakar gibst und solange du kein Haram machst, dann mach was du willst. Allah SWT hat dir die Sache. Deshalb sagt Allah SWT, vergiss nicht deinen Anteil vom Leben. Du kannst dich freuen, du kannst spielen, du kannst feiern, du kannst alles machen, aber meide nur, was Haram ist. Das ist alles. Z.B. achi, es gibt Leute, z.B. angenommen, du arbeitest, du hast im Monat 15.000 Euro Lohn. Und eine Person arbeitet und bekommt 2.000. Und deine, z.B. Ausgaben, die sind 5.000. Seine Ausgaben, die sind 2.000. Der spart 500 Euro, aber du spart wie viel? 13.000. Du kannst dir leisten, vielleicht jeden Tag im Restaurant zu essen. Aber er? Nicht. Und deshalb kein Problem. Mach. Allah hat dir gegeben. Dann kannst du mit dem machen, was du willst. Bin ich. Amen. Ich habe einen Vorschlag, weil ich das letzte Mal in Frankfurt war ja nachteil zwischen Frauen und Männern. Ich habe die Überlegung, dass jeder deine Frage hat, dass er sich dir aufschreibt, dass wir dann kein Problem haben. Wir werden keine Probleme mehr bekommen, weil wir gestern 90% Frauen gemacht haben und 10% Männer. Du warst nicht dabei. Wir haben gestern fast ausschließend nur die Frauen bearbeitet. Aber wir leben nicht auf der Welt. Jetzt sind wir auf Reise in die Seite, äh in die Seite. Ja, ich habe die Frage. Ja, tschüss. 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 Ja. Ja, tschüss. 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 Ja, nee, nee. Ich meine, wenn man länger als Faust länger hat, dann sollte er machen. Wenn er das nicht macht, auch kein Problem. Und dass die Haare absterben und so weiter, das stimmt gar nicht. Ja, tschüss. Eine Frage an Abu Jamal. Moment. Darf eine Frau ihren Ehemann sagen, dass er mit Mitarbeiterinnen, Frauen, die Kuffar sind, nicht reden soll? Auch wenn er über den Islam redet. Möge Allah euch für eure hier belohnen. Jazakallah khairan. Abu Jamal. Wie war das für welche Frage? Hm? Wie war das für welche Frage? Wie war das für welche Frage? Ja, äh, Montemers. Wie ist die Frage? Ha? Ja. Ha? Ja. Also darf eine Frau? Hast du richtig gesehen? Ja, Allah. Ja. 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 Und wenn er bei den Kufar auch nicht reden soll. Auch wenn er über den Islam redet. Ja. Die Schwester, äh, die Schwester, die das jetzt fordert, möge sich vorstellen, äh, wenn er auf einem Arbeitsplatz ist und jemand fragt ihn etwas äh, eine Frau oder ein Mann beispielsweise, wahrscheinlich nicht, aber eine Frau und er sagt Meine Frau hat mir oder zieht eine Karte und es geht mir. Ja, also was ich vielleicht dringend rate, ist, dass man nicht zu einer Übertreibung neigt. Ich weiß nicht, was man damit erreichen will und auch diese auch Koffarnfrauen oder so etwas. Also wenn der Ehemann ist angehalten die Grenzen zu bewahren. Die Grenzen. Die darf man nicht überschreiten. Und dass er mit niemand reden darf, das ist ein bisschen weit hergehoben. Deswegen ist also, solange das sachlich ist, dann gibt es auch keine Einwände. Wenn sie eine Frage haben über den Islam, darf er sie natürlich auch beantworten. bemerkt er, bemerkt jetzt dieser Mann, das nimmt immer mehr zu, diese Diskussionen, dann kann er sie an jemanden weiter verweisen, die eine Frau ist. Und die kann ihr das natürlich auch, also diese Schwester könnte dann der Frau auch ein bisschen mehr erqueren. aber wenn sie mal fragt, ich habe gehört, weil eure Religion ist so und so und er will das zurecht drücken, gibt es keine Einwände. Eine Frage in Abu Jamal. Wie kann man die Kinder am besten islamisch erziehen? Kurz gefasst und noch eine Frage dazu. Wie kann man den Kindern die Liebe für das Gebet eineignen? Mein Sohn betet leider meistens ungern erst acht. Kindererziehungstipps und Gebet Liebe für ein Kind. Was soll mit Kindererziehung? Tipps für Kindererziehung. Wie kann man die Kinder am besten islamisch erziehen? Das setzt voraus, dass man natürlich auch selber sich auch schlau macht. Eine Kindererziehung, bevor man beispielsweise ein Kind bekommt, sollte man eigentlich sich auch damit beschäftigen, wenn das Kind da ist, dass man auch vielleicht Einfälle darüber hat, wie man das Kind natürlich die besten Vorbilder sind die Eltern. Also bevor man jetzt viel erzählt, warum man das halbt, je älter das Kind wird, umso mehr sollte man mit dem Kind auch sprechen, damit nachher auch eine überzeugte Art und Weise das Kind auch dann aufgeklärt wird. Aber vorausgesetzt ist, dass sie gute Vorbilder sind, die Eltern. Dass sie gute Vorbilder sind. Auch Benehmen, der muslimischen Benehmen beispielsweise, beim Sitzen, beim Aufstehen, beim Laufen, wenn man etwas sieht und auch sagt, Masha Allah, Zawaraka Rahman, dass man irgendwann auch erklärt, dass der Prophet auch uns empfohlen hat, wenn wir etwas sehen, dass wir auch Baraka aussprechen. und genauso auch mit dem Essen beispielsweise, dass auch das Benehmen beim Essen, Benehmen beim Sprechen, der Umgang der Eltern mit ihren Eltern, dass die Kinder das sehen, mit den Onkels und Tanten, mit den Fremden, mit Nachbarn, das setzt voraus, dass man eine gute Vorbilder in Anspruch nimmt und auch dem Kind eine gesunde Begleitung gibt, dass man dann so eine gesunde Begleitung bedeutet, ich begleite mein Kind, insbesondere wenn er mit mir unterwegs ist, achte ich darauf, dass er auch die richtige Benehmen bekommt. Oder wenn ich mit jemand spreche, dass ich auch nicht ausfallen werde, dass ich auch gesunde Ausdrücke benutze, setze voraus, dass ich also natürlich auch eine Vorbildfunktion habe und sie auch in Anspruch nehme und mein Kind immer wieder neu aufklären. Wer diesen Weg geht, der wird also wenig Probleme bekommen, was die Erziehung anbetrifft, weil das gesunde Umgang Eltern und Kinder immer aufrecht erhalten wird. Immer aufrecht erhalten wird. Deswegen sehen wir das auch beim Propheten wenn er mit Kindern gesprochen hat. Anas das bezeugt selbst niemals angebrüllt hat oder wie wir so schon sagen mit unseren Aussagen angeschnauzen oder die Hände erhoben hat sondern immer wieder vor allem wenn ein Kind getroffen hat hat er ihn begrüßt wie Umair beispielsweise wie geht's dir wie geht's dein Umair der kleine Vogel und eines Tages kam der Prophet traurig hat er sich hingesetzt und ihn beruhigt und die Tränen weggelicht und hat damit bekommen dass der Umair gestorben ist man muss vorstellen der Prophet mit seinem ganzen Gewicht setzt sich zu einem kleinen Kind und versucht ihn zu trösten und als er aufstand und gehen wollte sagt dann der Nuray ist gestorben der kleine Vogel ist gestorben und diese Beziehung die er uns auch vorgelegt hat oder auch Belehrung der Aqida beispielsweise auch Zawakul als er dann zum Abel Abbas sagte Ich bewahre Allah dann bewahrt er dich was bedeutet bewahre Allah das haben sie verstanden direkt bewahre die Religion Allah dann bewahrt Allah dich subhanahu wa ta'ala oder als er mit ihm unterwegs war und dann sagt er weißt du kennst du die Rechte Allah auf den Dehner und die Rechte Dehner auf Allah also die Art und Weise die Diskussion und Aufklärung zwischen Prophet und einem Kind und und wenn wir das so nehmen dann sollten wir das mindestens mit unseren Kindern so machen dass wir viel mit ihnen sprechen auch zuhören insbesondere hier und und meine jetzt hier weil die Muslime eher den Anspruch haben islamische Erziehung was ja auch richtig aber sie haben Begegnung und sie kommen mit Menschen zusammen die nicht eine muslimische Hintergrund haben andere Kultur andere Denkweise und so gerade hier sollte also diese Art von Begleitung und Diskussion tatsächlich auch nicht erhandeln gegenüber den Kindern was war das andere acht Jahre Kinder Gebet na gut also acht Jahre ist jetzt eine gute Zeit für eine Ausbildung ja für eine Ausbildung das heißt also auch hier solltest du dein Kind begleiten und wenn er mal keine Lust hat zu beten sollte man ihn auch in Ruhe lassen also nicht zwingen Zwang ist schlecht und der Vater soll auch das Kind ab und zu in die Moscheen und dann auch dann in Geschichten von Propheten erzählen im Sinn des Gebets warum beten diese Termine die man mit Allah hat warum ist das so dass man auch das Kind und Zeit gewähren dann betet er vielleicht zwei oder drei oder einen Tag nicht aber dann wieder motivieren was hältst du davon wir beten forschen warum das Gebet wie ist es offenbar worden die Liebe zu Amal entwickeln die Liebe zum Propheten zu entwickeln auch hier ist eine gesunde Begleitung sehr sehr wichtig was Gebet anbetrifft und nicht Zwang also ich sage wirklich und legt es euch ans Herz nicht schlagen oder anfauchen oder so etwas das Kind wächst und wird reifer und du bist seine Mutter oder sein Vater wird angenommen und man will ja auch dass das Kind erschaffen wird Inshallah Was ist Arya Augendienerei ist etwas wenn jemand eine Anbetung verrichtet und plötzlich zum Gebet im Gebet nach dem Gebet nach dem Zerslim holt jemand Subha was einige auch als Bid'a betrachten und fängt an und sagt wenn das aus Riyah aus Augendienerei gemacht wird dann ist es Haram geht nicht das ist jetzt nur ein Beispiel oder jemand betet Maghrib alleine in der Moschee und jemand kommt dann rein und er befindet sich also im Rezitierung des Koran Al-Fatiha Alhamdulillah Arrubbin 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 Dann hat er Jamas Augen wieder rein gemacht was er nicht gibt Darf man barfuß beten als Frau aber mit langer Abaya Jilbab Wichtig dass die Füße abgedeckt sind Wo im Koran gibt es Beweise für den Hijab Sorat Sorat nur und lachsab was für Fragen bedingt bei einem kennenlernen stellen beziehungsweise worauf sollte sie besonders achten insha'Allah eine Nasihah das wird wenn sie heiratet und so heiratet ja beim kennenlernen also das will ich erklären was bedeutet kennenlernen das wird ein Mann ein Mann kommt zu ihrer Familie und er will um ihre Hand anhalten was sollte sie ihm fragen nicht dass das wird hier nicht gemeint von Muslimin dass sie jetzt einen Termin draußen machen und so zusammen sind wir hier wo Rhein ist hier oder welcher Fluss ist das hier Rhein oder Sie am Rhein zum Beispiel Handel ein bisschen so Romantik jetzt jetzt kommen wir zurück ich weiß nicht ganz ehrlich ich weiß gar nicht ob man tatsächlich jetzt das kennenlernen erreicht oder nicht versteht ihr das Wort kennenlernen haben wir vielleicht jetzt aufgeschnappt von anderen Kulturen aber wenn eine Frau heiratet beziehungsweise ein Mann heiratet hat eine Vorstellung und so sagen und Eigenschaften die ihr gerne bei der Partnerin beziehungsweise Partner auch dann sieht dementsprechend gibt es eine gesetzliche Begegnung dass man sich sieht und dementsprechend aber vorausgehen sollte ja dass man so viel wie möglich Informationen bekommt und diese Person meistens haben die Muslimen darauf geachtet was ist das für eine Familie sehr wichtig weil wir heiraten zwar eine Frau beziehungsweise sie heiratet einen Mann aber in Wahrheit heiraten wir auch die Familie das ist die Wahrheit wenn wir schaffen würden jemanden zu heiraten die einen guten Hintergrund haben also die Familie dann hast du was Gutes getan deine Kinder werden Beziehung zu diesen Menschen haben und diese Beziehung sollt auch möglichst auch im islamischen Rahmen bleiben also nicht dass einer mit ja und deswegen gibt es natürlich Fragen ich habe sie auch ein bisschen ausgearbeitet ich habe jetzt nicht keins dabei ich könnte sie morgen vielleicht mitbringen wenn euch das interessiert da habe ich ungefähr 90 Fragen unter anderem beispielsweise ich sage nur Fragen stellen dass derjenige sprechen muss nicht ja und nein nicht kein Kreuzfeier nein Fragen stellen so dass diese Person auch sprechen muss denn wenn er spricht dann bekomme ich einen Eindruck und das ist wichtig wer sitzt jetzt vor mir bevor ich jemanden verletze oder was ich könnte wollen die Fragen für beide geeignet für beide wie kann man wie kann ich standhaft in der Religion bleiben und mich davor zu beschützen immer wieder zurück zu fallen mich zu schützen wieder zurück zu fallen standhaft standhaft ich kann in der Religion hat was auch mit Ja, wenn ich sage, nur im Angesicht Allah, warum bete ich überhaupt? Um in die Nähe Allah zu kommen. Diese Anbetung gilt ausschließlich für Allah. Die Voraussetzung dafür, auch dann diese Aufrichtigkeit zu bewahren, hat der Gesetzgeber sich auch dabei etwas gedacht, dass man auch Sunnah-Rats überbetet, um dann vorbereitet, in Pflichtgebet reinzukommen. Dass also das Demut erreicht wird, das Sauchrauch, die Aufrichtigkeit erreicht wird. Deswegen ist die Aufrichtigkeit eine Eigenschaft, die man sich erarbeiten wollte im Laufe der Zeit. Immer wieder vor Augen zu behalten, dass meine Anbetung ausschließlich nur für Allah, subhanahu wa ta'ala, ausschließlich nur für Allah subhanahu wa ta'ala, möglichst auch übereinstimmend mit dem Koran und Sunnah und der Bevölkerung des Propheten. Was ist ein The Youth? Das ist ein Gegensatz. So steht das. The Youth, the Youth, the Youth, the Youth, the Youth. Das ist ein Stach von Allah und Ali. Der Prophet sagt, die drei kommen nicht ins Paradies. Unter ihnen ist The Youth. Weiß The Youth? The Youth ist jederjenige, der mit Brandt seine Frau zum Beispiel ohne Hijab rausgeht. Oder seine Tochter ist modern, mit einem knallengen Jeans und einem Kopftuch, die rosa ist beispielsweise. Ist das Hijab? Da nimmt man sich in der Tasche. Das ist ein Dayud, der lässt Sünden zu. Und Dayud, derjenige, wird Allah subhanahu wa ta'ala nicht anschauen und nicht mit ihm sprechen und eine gewaltige Strafe zukommen lassen. Dürfen zwei Ehepaare, also zwei Frauen, zwei Männer in einem Auto fahren? So hast du die ganze Frauen genommen jetzt? Nein, 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 ich schätze noch so viel. Dürfen zwei Frauen, zwei Männer in einem Auto fahren? Die sind zueinander keine Mahram, also Frauen hinten und Männer vorne. Wenn die nicht zueinander gehören, warum sitzen sie in einem Auto? Jetzt zwei Familien, die wollen zum Seminar zum Beispiel. Und zwei Männer, zwei Frauen. Also wenn die Grenze bewahrt wird, sehe ich keine Einwände. Wenn die Frauen hinten sitzen und die Ehepäne nach vorne, gibt es keine Einwände. Okay, jetzt noch eine Frage von Frauen, dann nehmen wir von Männern und dann zurück zu Frauen. Darf man lauter werden, wenn die Eltern, nicht Muslime, gegen den Islam schießen? Das heißt beleidigen etc. Laut gegen wen? Gegen Eltern? Ja, die Person ist Muslim und die Eltern sind keine Muslime und die schießen gegen den Islam. Ja, die werden wahrscheinlich nicht zum ersten Mal aus dem Islam schießen. Ein Muslim sollte möglichst, möglichst, und ich meine das ernst, möglichst niemals laut gegenüber der Eltern werden. Und wenn er merkt, dass sie diesen Schema immer wieder anwenden, soll er den Kreis verlassen. Aufstehen, in sein Zimmer gehen. Oder rausgehen. Ja, und wenn sie dann ein bisschen beruhigen, geht er auf den Eltern zu und sagt ihnen, dass wenn sie was gegen den Islam haben, ist, das ist ihre Meinung. Aber, dass wir trotzdem eine Familie sind, dass er also versucht, das Ganze zu beruhigen. Ja, und wenn er Muslim wird, wird er hoffentlich zu einem besseren Menschen. Dass auch diese Eltern vielleicht auch dann beeindrucken oder zumindest darüber nachdenken. Also möglichst nicht sie anschreien oder aushallen werden, nicht auf diesem Leben. Jetzt Männer. Ja, hier. Der Bouda. Ohne Mikro jetzt, jalla, der soll laut sagen. Jetzt ein Mikro. Laut, jalla. Wir wiederholen das für die Frauen. Die Frage geht über Erbschaft. Wenn die Eltern oder die ganze Familie, sage ich mal, sich nicht darum kümmern über die islamische Erbschaft und einfach selber irgendwie geteilt haben und sagen, du kriegst das und du kriegst das und du kriegst das. Wie fällt man sich in dem Fall, darf man sein Teil dann nehmen, was zum Beispiel der Papa dir dann hinterlassen hat, aber ohne die islamischen Voraussetzungen zu beachten. Barakallahu fekum, wenn man in Erbschaft, die Familie, die haben das so geteilt, ohne dass sie islamische Grundlagen benutzt haben. Die haben das so einfach in der Familie gemacht. Darf man seinen Anteil annehmen, was der Vater ihm gegeben hat? Was hast du von einer anderen Möglichkeit? Keine. Keine. Dann hat die Frage sich erübrigt, oder? Wenn du keine Möglichkeit hast. Nee, ich meine, wenn du keine andere Möglichkeit hast. Ja, was soll ich sagen? Deshalb, ja, Barakallahu fekum, da kann man mit der Familie reden. Aber es scheint, dass die Familie sich an die islamischen Regeln nicht hält. Und wenn du mit ihnen auch redest, die werden sagen, ja, du bist zurückgeblieben, du hast keine Ahnung und so weiter. Und mit deinem Bart und gehe in deine Moschee. So ist das bei uns. Aber ja, man kann das nehmen, was man nehmen kann und fertig. Wallahualam. Wir haben heute darüber gesprochen, zum Beispiel von Yom Kriyama. Und der Tag wird ja korrigiert nicht, oder korrigiert nicht in die Zeit, die wird ja 50.000 Jahre lang sein. Aber für die Gläubigen, die zwischen zwei Gebetszeiten. Wissen wir was darüber, ob das Leben, haben wir in der Dahlil, wie das in Al-Barzach vergehen, ob das langsam vergehen wird? Für die Leute, die jetzt schon etliche Jahre tot sind, zum Beispiel. Aber ja, dann fragst du. Allahu alam, vielleicht, ja. Auf jeden Fall. Barak Allah, für ein Kafir ist in Al-Barzach im Grab. Der wird sich wünschen, dass der letzte Tag überhaupt nicht eintrifft. Und für ein Mu'min, der wird sich wünschen, dass der letzte Tag so schnell wie möglich kommt, weil er Allah subhanahu wa ta'ala begegnet. Es gibt diese auch genaue, sage ich jetzt, Erklärung, die 50.000 Jahre, die sind, als ob man zwischen zwei gebeten ist. Und auch, der wird so schlafen, als er zwischen Asr und Maghrib geschlafen hätte. Wallahualam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, ja Abu Jamal, das ist für dich. Nein, klar, keine Frage, keine Frage. Ja, hör mal, hör mal, hör mal, richtig. Allah hat die Geduld, Geduld, gut, gut vermuten. Assalamu alaikum. Möge Allah euch allen mit Cennet al-Ferdows belohnen. Und mit euch zufrieden sein. Und euch segnen, amin. Das Seminar war sehr schön und hilfreich, der sagt, Allah khairan. Hier, ein Lob von Frauen, das du bekommst. Macht Dua für eine Schwester, die heute zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt ist. Inna lillahi wa enna ilahi rajin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr Barmherzigkeit schenken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr bessere Familie geben als ihre Familie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala zwischen ihr und ihren Sünden, wie zwischen Ost und West machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie reinigen mit Wasser und mit Schnee. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr Verzeihen und Vergeben. Amen. Wenn eine Frau ihre Tage hat, darf sie im Gebetsraum bleiben oder muss sie den Gebetsraum verlassen? Barakallahu fikum, das ist umstritten zwischen den Gelehrten. Wenn eine Frau ihre Tage hat, ob sie in der Moschee sich aufhalten darf oder nicht. Und Barakallahu fikum. Es gibt, passt auf, es gibt zwei Ansichten. Manche Gelehrten sagen, sie darf nicht. Und sie haben das basiert auf einer Überlieferung. Und zwar La uhillu al-Masjida liha'idin au junub. Die Moschee ist verboten. Oder es ist nicht erlaubt für eine Frau, die ihre Tage hat. Oder ein Mann oder eine Frau, die junub sind, janabe Zustand. Das ist nach Beischlaf oder wenn man Barakallahu fikum feuchten Raum oder Samenguss gehabt hat. Diese Überlieferung ist mit Sicherheit ohne Zweifel schwach. Und weil diese Überlieferung schwach ist, dann bleibt die Grundlage. Wenn man sagt, das ist verboten, dann muss man klaren Beweis bringen. Weil al-Asrl, wir haben al-Bara al-Asliya, heißt das. Das wird normalerweise, wenn etwas nicht spezifisch erklärt wird als Haram, dann darf man das nicht als Haram erklären. Und wenn man keinen Beweis hat, dann bleiben wir bei den Allgemeinen. Allgemein, darf die Frau in die Moschee oder nicht? Darf. Was sagte der Prophet s.a.w. zu Aisha, als sie ihre Tage bekommen hat in Hajj? Der sagte, tu alles, was ein Pilger macht. Was macht der Pilger? Der hält sich in Haram auf. Und deshalb, parakallofikum, eine Frau, die auch ihre Tage hat, sie darf in der Moschee bleiben und sie darf in die Moschee. Wallahu ta'ala, ala wa'ala. Nochmal, es gibt eine andere Meinung von vielen Gelehrten, die sagen nein. Aber das geht hier um Beweis. Wallahu ta'ala, ala wa'ala. Vielen Dank. Herr Schech, momentan durch die steigende Heiratsproblematik der Jugendlichen und so weiter, entstehen immer mehr Heiratsvermittlungsseiten auf Social Media. Diese sorgen dafür einfach, dass, sage ich mal, ein Mann oder eine Frau, sie schicken sich sozusagen gegenseitig den Steckbrief und der Walli, zum Beispiel von der Frau, bekommt davon meistens nicht mit. Die sagt, das ist meistens heimlich und will erst mal gucken, dass jemand passend empfindet. Dann hat die halbe Welt sie kennengelernt und erst dann sagt sie ihrem Walli Bescheid. Könntest du vielleicht ein, zwei Worte zu diesem Thema sagen, weil dieses Thema sehr verbreitet ist momentan. Zu welchem Thema will ich machen? Steckbrief. Was für ein Steckbrief? Wie eine Frau erzählt, wie sie ist und so. Nein, nein. Ich erkläre, die machen diese Heiratsvermittlungsseiten auf Social Media und dann lernt die Frau zum Beispiel jemanden kennen oder sie schicken sich gegenseitig. Ja, ein Wort willst du dazu haben? Wir empfehlen den Brüdern und den Frauen, dass sie sich nicht bei solchen Seiten anmelden. Da hat man jetzt fünf Wörter gehört, oder? Barakallahu fegum, sag mal, Herr. Dies, Barakallahu fegum, wird von manchen missbraucht und leider bei diesen Vermittlungsseiten gibt es viel, was gelogen wird von beiden Seiten. Ich bin geduldig, ich bin praktizierend, aufrichtig und so was. Bis er die Frau geheiratet hat, dann betet er nicht, dann arbeitet er nicht, der behandelt sich. Umgekehrt, ein Bruder hat so über eine Vermittlungsseite eine Frau, die hat geschrieben, ich bete, ich bin praktizierend und das und so weiter. Dann hat er gesagt, okay, wir wollen uns treffen. Da hat sie ihm Termin gegeben auf dem Bahnhof. Moment. Der hat gesagt, ich bin gegangen. Wünsche Gleinz? Ich bin gegangen. Gleinz 17. Aber weil, der hat gesagt, ich bin gegangen. Ich bin gegangen. Der hat ihr gesagt, aber bring mal deinen Bruder dabei oder so. Da hat sie gesagt, ich habe niemanden. Ich bin allein. Der hat gesagt, ja, aber ich kann nicht zu dir kommen. So, da hat sie gesagt, okay, auf dem Bahnhof, weil das öffentlich ist. Dann haben sie sich gefahren mit dem Zug. Und er hat gesagt, ja, ich meine, die hat geschrieben, die ist praktizierend und die betet und die fürchtet Allah und so weiter. Er sagt, ich war dort und ich suche die ganze Zeit nach einer Frau, mindestens mit Hijab. Der sagt, ich sehe doch eine Frau hinten, die ist schickimicki mit kein Hijab, gar nicht, ich sehe schickimicki ab und so weiter. Am Ende der hat gesagt, vielleicht ist sie das. Dann bin ich gegangen. Ich habe gesagt, bist du die Frau hier mit... Da, sie sagt, ja. Der sagt, Salam alaikum. Deshalb, wir empfehlen nicht, ich sage, das ist nicht neu. Ich sage das seit vielen Jahren, nein. Aber zum Beispiel, wenn jemand bekannt ist, dass er Allah fürchtet, ein Cheikh oder sowas, und der sagt, okay, schick mir einen Steckbrief, zum Beispiel, der kennt einen Bruder oder ein Bruder kennt eine... Der Cheikh kennt einen Bruder oder kennt eine Schwester. Und er sagt, okay, damit man sich Bild macht, dann könnte man das machen, aber nicht, dass die ganze und die halbe Welt davon erfahren wird. Barakallahu alaikum sagt man lachen. Fragen aufs Internet nicht. Dort. Ja, aber Jamal, okay. Oder eine Frage, auf der Weg in die Zierge. Und zwar wollte ich an erster Stelle mal fragen, ob Männer und Frauen, wenn sie sich beerdigen, übereinander beerdigen können. Also Mann unten, Frau oben. Oder Frau unten, Mann oben. Gibt es ja die Möglichkeit der Doppelbelöhung. Gibt es das? Ja. Darf man Doppelbelegungen in Gräbern machen, zum Beispiel Männer und Frauen, auch wenn sie Fremdsinn sind? Kein Problem. Die Familie, die Familie kann... Bestattungsgesetz ist eine Ländersache des Kehmbundesgesetzes. Auf jeden Fall, Barakallahu alaikum sagt Allah, es ist überhaupt kein Problem. Die Familie dann gibt eine Erklärung, dass sie damit einverstanden sind, dass zum Beispiel die Familie hat ein Grab gemietet, und auf jemanden begraben. Egal wer. Auch wenn Fremder. Auch wenn Fremder. Ja, ja. Ah, ja, ja. Muslimen, natürlich. Okay, ganz kurze Anschlussfrage. Sagen wir mal, ich möchte einen Friedhof aufmachen. Auf dem Friedhof war vorher schon ein Friedhof, wo Christen beerdigt wurden? Nein. Auf gar keinen Fall? Wenn ein Muslim darf nur unter Muslimen bestattet werden. Wenn ein Muslim mit anderen bestattet wird, dann was ist der Sinn, dass wir sagen, wir brauchen einen muslimischen Friedhof? Was ist der Sinn denn? Das hat keinen Sinn. Wir haben einen Detail. Also nach der Miete, wenn die abgelaufen ist, nach den 25 oder 30 Jahren. Da kann man eine Gebühr zahlen, da kann man verlängern. Genau, aber sagen wir mal, es gibt ja viele Flächen jetzt mittlerweile auf Friedhof, die die abtreten wollen. Da sollte man die Gräber wegmachen und dann neu belegen. Aber ein Muslim darf nicht auf die Gräber von den Kuffar bestattet werden, weil das der Sinn verloren ist, dass der Muslim dann Morgen machen wir Bestattungsregeln zwischen 10.30 bis 11.00 Uhr oder danach 11.00 Uhr. Nein, nein, ich habe 9.00 Uhr. 10.30 Uhr. Dann 11.00 Uhr. Bestattungsregeln, Waschung, alles. In Schaub. 11.00 Uhr bis halb eins. 11.00 Uhr bis halb eins. Und wir zeigen, wie man wächt und wie man Käfen macht und wie man das alles macht. Barakallahu, ich kann sagen, mach. Gut. Wie stärkt man am besten deine Gewissheit? Wie stärkt man die Gewissheit? Ja. Gewissheit wird gestärkt, Eni. Wenn du rechtschaffene Taten tust, handelst, und wenn du die... Es gibt zwei Arten von Handlungen. Innerliche Handlungen, innerliche Handlungen und äußerliche Handlungen. Und wenn du diese innerliche Handlung hast, und die äußerlichen Handlungen, dann wird deine Gewissheit stärker, dein Iman stärker. Dein Iman wird stärker, deine Gewissheit wird stärker. Ist das nicht, dann nicht. Wie machst du das? Lies mal Koran, mach mit Gebet, lies mal über die Geschichten von Propheten, und was passiert mit ihnen, dann wirst du inshallah stärkeren Iman bekommen und dann stärkere Gewissheit. Wallahu ta'ala, hua a'ala, hua a'ala. Also ich habe eine Frage, wenn eine Frau sich im Arbeitsplatz befindet, und sie kein Arbeitsplatz, und sie, dass sie sie beten will, aber sie hat keinen Platz, um zu beten, darf sie zum Beispiel warten, bis sie zurück nach Hause ist, fährt, um da zu beten, weil sie kann ja den Kopftuch nicht abmachen, und dann... Warum soll sie den Kopftuch abmachen? Ja, ich meine, wo wird sie Wudu machen? In Badraum oder in... Sie kann keinen Wudu machen. Doch, doch, sie kann keinen Wudu machen. Oder sie darf sich zum Beispiel mit der Jammer machen. Nein. Wenn eine Frau arbeitet, und sie hat die Möglichkeit, keinen Wudu zu machen, weil sie ihr Kopftuch ablegen, erst mal ihre Bedeckung ablegt. Erst mal eine Frau oder ein Mann, der braucht nicht die... Die brauchen nicht die Kopfbedeckung abzulegen, wenn sie Wudu machen. Man kann über die Bedeckung des Kopfes streichen. Dann wird die Frau macht so, und dann tut sie ihre Finger, also macht so. Ja, erstens. Zweitens, ich meine, wenn sie Wudu macht, dann ist sie entweder im Toilettenraum oder im Baderaum, und dann ist erst keiner dabei. Ja, aber das Problem ist, die kommt kein Platz, um zu beten. Moment, Moment. Um Platz zum Gebet zu finden, das ist was anderes. Schau mal. Du hast jetzt gesagt, erstens, die kann kein Wudu machen. Wir haben dir gesagt, doch, die kann Wudu machen. Zweitens, wegen ihrer Bedeckung, wir haben dir gesagt, du kannst, die kann über ihre Bedeckung streichen, und die Ohren tut sie Finger, und so machen. Deshalb ist es kein Problem. Dann kommt jetzt die Sache, sie hat keinen Platz zu beten. Was bedeutet, sie hat keinen Platz zu beten? Okay, hat sie Pause? Ja. Ja, dann geht sie in der Pause raus, und dann betet sie irgendwo, und dann kommt sie zurück. Im Notfall, dann kann sie zwei Gebete zusammenschieben, aber, zusammenziehen, aber ab und an, und nicht regelmäßig. Wenn sie keine andere Möglichkeit hat, aber sie hat viele Möglichkeiten, pass auf, man sollte erstmal alle Möglichkeiten ausschöpfen, und wenn man eine, der Prophet Sussalam hat uns beigebracht, ja, wenn, du musst im Stehen beten, wenn du nicht kannst, dann im Sitzen, wenn du nicht kannst, nicht kannst, nicht, nicht willst, wenn du nicht kannst, dann, im Liegen, wenn du auch im Liegen nicht beten kannst, dann machst du das mit Kopf, wenn du nicht mit Kopf, dann mit deinen Augen, mit sozusagen Bewegungen, aber du darfst das Gebet nicht verlassen. Nummer eins, Nummer zwei, wenn man kein Wudu machen kann, dann kann man Thayamon machen, aber erstmal, man muss versuchen, und danach, und nicht sofort springen und sagen, ja, ich kann das nicht. Also hat man alles versucht? Mit Sicherheit nicht. Ja, ja, mit Sicherheit nicht. Und, wo ist das Problem? Ja, wenn die Frau auch betet, dann kann sie draußen beten. Ja, warum soll sie sich schämen? Ich meine, für Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja. Nehme ich diese Wudu-Frage, ob ich einmal darf? Nein. Okay. In Surat al-Ma'ida, Ayah 5, wird der Wudu detailliert erklärt. Waschen des Gesichtes, Hände, bis Ellenbogen, über Kopf streichen, Füße waschen. nach Zustand der Unreinheit, Krankheit, vor dem Gebet und nach Geschlechtsverkehr, nach Toiletten und auf der Reise mit Sand, das wird Dämmung. Wieso verrichten wir das Wudu anders, verändert und mit weiteren, ich weiß nicht was, ob ich einmal, was ist das? Voraussetzungen. Voraussetzungen zum Beispiel, Waschen der Nase, Ohren und Bruch des Wudu ist beim Ablassen von Wind. Barakallahu aleyhi wa saktum lachim. Diese Frage ist wichtig. Ist sehr wichtig sogar. Weil hier wird nur von Koran gesprochen. Nur von Koran. Und im Islam haben wir als Basis nicht nur den Koran, sondern Koran und Sunnah des Propheten Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam. Okay? Und wenn man die Sunnah verleugnet, dann ist man kein Muslim. Und wenn man den Koran praktizieren will, das wird in Taten umsetzen will, dann braucht man die Sunnah des Propheten Mohammed sallallahu aleyhi wa sallam. Wer hat uns Wudu beigebracht? Der Prophet sallallahu aleyhi wa sallam. Wie hat er sein Wudu gemacht? Der Prophet kennt doch den Koran und kennt die Ayah. Aber er hat uns diese Ayah übersetzt in Taten, in Handlungen, indem er sallallahu aleyhi wa sallam die Hände gewaschen hat. Hände waschen am Anfang, das ist Sunnah. Das ist keine Pflicht. Und dann hat er Mund und Nase gespült und das ist Pflicht. Weil der Prophet sallallahu aleyhi wa sallam sagte, Madmed was ten shek baligh fil madmad adi wal is tishak Übertreibe in Mund spülen, Nase spülen. Übrigens Mund und Nase sollte man zusammen machen. Nicht Mund allein, Nase allein. Das ist die Sunnah. Und baligh übertreibt damit, außer dass du fastend bist. Nicht dass du was schluckst. Und dann Gesicht und dann Hände und hier viele machen den Fehler. Wenn sie die Hände waschen, die waschen nur von Handgelenk bis Ellbogen und das ist falsch. Die Hände sind von Fingerspitzen bis Ellbogen mitten begriffen beides. Recht links und dann Barakalofikum pass auf da hat man hier gesagt waschen die Ohren Ohren wecht man nicht sondern wicht man indem man Barakalofikum über die Haare streicht und dann zurück und dann Barakalofikum die Zeigefinger in Ohr mit runder Bewegung und dann mit Daumen von hinten so und dann wecht man die Füße wenn wir aber auch über die Socken streichen dann könnte man das machen Barakalofikum und deshalb der Prophet hat uns beigebracht wie wir Wudu machen und Koran ist belegbar weil zu Gesicht gehört Mund und Nase und Mund und zu Kopf gehören die Ohren weil der Prophet sagte die beiden Ohren sind vom Kopf und deshalb sagt Allah streicht über eure Köpfe und mittendrin ist das Ohr Deshalb Barakalofikum aufpassen da sollte man nicht immer diese Frage stellen ja nur wo steht das im Koran wir haben die Sunna und ein Koran Koran ohne Sunna mit Koran ohne Sunna werden wir die Religion nicht praktizieren können wo steht im Koran dass du Salat Al-Asr 4 Raka betest wo steht im Koran dass du im Ramadan so und so fastest wo steht im Koran dass du wenn du zum Beispiel 100 Gramm Gold hast dass du 2,5 Prozent gibst wo steht das im Koran wo steht im Koran dass du 7 Mal Tawaf um Kaaba machst das ist alles von Sunna und das haben wir über die und über die nächsten Generationen bis heute und deshalb suchen wir nach den Beweisen von Koran und Sunna und nicht nur Koran Allah ta'ala Allah wa Allah was ist wenn man im Ramadan ist also man fasst und man nimmt Wasser durch den Mund und durch die Nase und man überteilt ein bisschen und schüttt ausversehen ein bisschen unter Ja du sollst nicht überteilen im Ramadan hat er gerade gesagt Ja aber was ist wenn man es ausversehen macht Ausversehen ins vergeben Passen ist richtig Ich komme gleich zu euch Ist das Gebet ungültig wenn man vergessen hat dass man ein Kau und in dem Pass und man hat ist schon ungebet Gute Frage Gute Frage Ja Ist das Gebet ungültig wenn man vergessen hat Ausversehen im Gebet noch Kaugummi im Mund hat Da hat man gesagt Allahu Akbar Alhamdul Ich habe Kaugummi Okay Ist das Gebet ungültig Nein Das Gebet ist gültig aber du nimmst das raus und fertig Ja So Muss man Nachdem man Nikah geschlossen hat Nissan war gut Ja Jeep Direkt mit der Frau zusammen ziehen oder hat man die Mütze erst beim Elternhof zu und dann einige Zeit später zusammen zum Beispiel einige Monate darauf und dann was passiert dann Hochzeit Wartet bis Hochzeit ist Meinst du das Und dann wenn wenn vorher ein Heiratshater geschrieben wird und die Eltern beschließen beispielsweise dass erst nach der Hochzeit die Frau zu ihrem Mann geht und nicht und sie bestehen darauf dass man nicht alleine irgendwo unterwegs ist Kein Problem Wer Ja und dann Do und dann Er Do Ja Verschwinden Ja Ist das auch eines der großen Zeichen oder ist das überhaupt ein Zeichen der Stimme oder Das war gut eben Ist das überhaupt ein Zeichen der Stimme Keine große Zeichen Ich habe zwei Fragen Ja Und zwar meine erste Frage ist über die Sutra Wie groß und breit muss sie sein Ist da eine Begründung für uns Elle ungefähr So hoch Meine zweite Frage ist Yom Al-Qiyama wird der Schatten von Frau Allah zur Führung schenzt und der Pflicht das dann sagt ja dass da vor allem kommen wird und die die dem Freuen gefolgt sind dann kommen Sura Al-Bakara und Ali Imran der Schweiz da hat der Pflicht drei Gleichschnitte genannt Meine Frage ist muss man diese zwei Zuge einfach nur lesen studieren oder auswendig lernen Auswendig lernen Du sollst Abou Jamal die Fragen wiederholen Damen und die Frauen Kommst du jetzt mit wiederholen die ganze Zeit wiederholen wir nicht Doch Hast du wiederholen Ja Ich wiederhole immer Du liest vorher Ja Ok Ich lese für dich vor Was willst du Moderator für dich Bitte Wenn die Eltern Gold kaufen und die machen das damit ihre Kinder dann später das für Morgengabe geben Muss man dafür Saka geben Ja Da muss man Darf ich nur eine Sache Barakallahu Mit dieser Geschichte dass der Koran Es wird keine Eier vom Koran mehr auf diese Erde geben Und dass der Koran dass die Leute Koran aufmachen und dann werden sie kein Eier im Koran finden Die Sache ist nicht so wie man denkt Das geht nicht darum dass man denkt jetzt die Leute machen Koran auf und es gibt kein Eier vom Koran mehr Sondern das hat einen anderen Sinn Das hat einen anderen Sinn Die Leute die werden den Koran vernachlässigen dass sie überhaupt nicht mehr dass sie sich für den Koran nicht interessieren Und die zweite Erklärung von den Gelehrten ist weil die Leute die bleiben nach Isa die sind keine Muslime mehr und die lesen den Koran nicht mehr Deshalb braucht man keinen Koran mehr Wenn man diese vier Themen zur Freude eines Mu'mins nicht hat kann man auch sich freuen wenn man genügsam ist und da sagt man ich freue mich auch wenn ich diese nicht habe aber übrigens du brauchst auch etwas eine Wohnung oder du brauchst das sind bestimmte Sachen die gehören zum Leben sozusagen aber wenn man damit zufrieden ist dann bitte warum ich bitte Was machen Sie? Darf man bei Solomanji Moscheen beten? Nein. Fertig. Darf man bei Solomanji Moscheen beten? Hardcore. Was ist Naqshaben? Naqshaben sind wo und diese sind wo? Ja. Kannst du beten? Wie heißen die anderen? Der meint den Platz. Der meint den Platz. Ich würde es meinen. Ich würde es meinen. Wenn du keine andere Möglichkeit könntest du mit jemand anderem. Aber ich würde es meinen. Und das betest du nicht direkt in Ihrem Gebetsraum. Sondern daneben, daneben. Und das ist was Wallahu A'la. Dann gibt es einen Ratschlag. альной Ratschlag. Sehr schön. Das ist ein Ratschlag. Und das ist die Bedürfung an die Allah s.w.t. Allah s.w.t. فهذا هو السبب ما في توراة صحيحة لا لو كانت مملوكة لكانوا أظهروها نص الله العافية السلامة ما في لا صحيحة اليوم لا توراة ولا إنجيل صحيح المرجح أنه يقولون يعني في بعض المشاهدين بهذا الموضوع يقولون أنه هل يحركوها عشان ما يطلعوا الناس على الدين الصح عشان يخلوا عقول الناس يعني قل فأتوا بالتوراة فتلوها صح إن كنتم صادقين وين طيب هذا التوراة الأصلية اللي أنزلت على موسى حرفت وأخفيت على الناس كما الإنجيل حرف ليش تعرف ليش لأن الله سبحانه وتعالى لم لم يتكفل بحفظهما وإنما جعل الحفظ لعلمائهم فهم خانوا الأمانة وأما القرآن قال لإنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لولا حافظ فتكفل الله بحفظه هناك ما تكفل بحفظه وهذا الفرق والله أعلم هل سبحانه رواية في المهج إنهم سوف في السفر الكوراة والإنجيل حاج بالناس؟ لا لا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ich habe eine Frage und zwar wenn jemand eine Behinderung hat und gezwungen ist auf den Stuhl zu beten darf derjenige als Vorbeter vorne beten oder sollte nur jemand der Nomadi niederwerfen machen kann wie sieht das da aus? gute Frage interessante auch Frage und zwar barakallahu fekum wenn jemand behindert ist zum Beispiel und er kann nicht laufen Und er betet auf Stuhl. Darf diese Person vorbeten oder soll eine andere Person vorbeten? Zum Beispiel, wenn diese Person viel Wissen hat und Koran auswendig kann zum Beispiel und er ist der Beste in der Moschee. Eigentlich darf er vorbeten, aber das Problem ist, wenn der Imam im Sitzen betet, dann haben wir zwei Ansichten von den Gelehrten. Manche sagen, die Jama'ah müssen auch im Sitzen beten, weil der Prophet s.a.w. sagte, فَاِنْصَلَّوْ جُلُسَنْ فَصَلُّ جُلُسَنْ Oder wenn der Imam im Sitzen betet, dann betet er auch im Sitzen. Andere Gelehrten sagen, nein, wenn er im Sitzen betet und die können aufstehen, dann machen sie das. Der macht das aus Grund hier. Deshalb, das ist eine Ermessenssache. Das wird in einer Moschee. Zum Beispiel jetzt zu Hause. Ein Vater hat Behinderung. Und seine Kinder können nicht so viel Koran und die Familie dort beten hinter ihm. Dann können sie auch im Sitzen beten. Und er kann vorbeten. Das ist überhaupt kein Problem. Im Islam, alhamdulillah, wir haben für alle Platz. Und wir haben für alle Regeln bei Ithni Ta'ala. Na, machi. Allah, ich bin ein Fik. Fik. Amin. Das sagt Allah. Im Tashach, senken wir und heben wir den Finger wie es der Fingert. Nicht senken und heben. Also, so. Was? Falsch. Ja, auf jeden Fall weiter. Jetzt sage ich dir, sage ich dir. Ich habe mal gelesen, dass der Professor Sallam gesagt hat, wir müssen senken und heben. Aber bei allem. Scheitan. Er hat gesagt, das ist wie der härteste Stahl, mit dem man den Scheitan heimt oder schlägt. Und meine Frage ist, bis wie lange soll man das machen? Oder überhaupt stimmt das? Und kann ich das bis zum Feslim, also bis zum zweiten Feslim machen? Barakallahu fikum, Bewegen des Zeigefingers während Al-Tashahud. Ab wann fängt das an? Bis wann ist das? Und überhaupt, ob man bewegt, nicht bewegt. Und wie bewegt man das? Der Bruder sagte, senken und heben. Im Hadith steht nicht senken und heben. Im Hadith steht keiner yuharrikuha taharrikan shadidan. Senken, heben ist nicht taharrikan shadidan, sondern so ist das taharrikan shadidan. Die Worten sind ja, bis zura. Ja, bis zura, herkada. Wa la hiya ashaddu ala shaytan. Das ist so schwer für Shaytan, als ob man eine Stange auf Shaytan schlägt. Barakallahu fikum, sarkullahu khem, pass auf. Dass man Finger zeigt. Es gibt verschiedene Ansichten von den Gelehrten oder Meinungen. Und zwar, bai ahnaf. Bei ahnaf. Die sagen, man macht die Hand so. Und wenn man sagt, ashaddu ala ilaha illa, dann macht man so und zurück. Das ist es. Nur so und so. Das war's. Bei ahnaf. Bei shawafi'iyah. Die sagen, man zeigt die ganze Zeit mit Zeigefinger, ohne zu bewegen. So. Bei Malikiyah. Bei Malikiyah. Und bei Hanabilah. Die sagen, man bewegt. Und bei manchen Hanabilah sagen, wenn du sagst, at tahiyyatu. Lillahi. Als Salawatu. Mit jedem vod macht man so. Das ist. Ohnebeweis. Und bei manchen Malikiyah. Die haben für ständen. Mit التحlieg. Kan yuhaliku bieha. Yuhaliku bieha. Bedeutet das so. So. Nein. weil er Nabi SAW war 53. Und das ist das das, das ist das. Das ist das. So, es ist das, aber das ist das, was er zu schützen. Für die Hadeehten von Ibn Qudamah. Und er hat sich die Hadee von Ibn Qudamah. Und er hat sich die Hadee in diesem Hadeehten. Von ihnen die Hadeehten, die Hadeehten von Ibn Qudamah. Und von ihnen die Hadeehten von Ibn Qudamah. Das geht um Finger bewegen beim Tashahud Bei Ahnaf die sagen Du machst nur Du machst nur Aschadu Allah Dann nach unten fertig Die anderen Schwafe sagen Du zeigst die ganze Zeit Hanawiler sagen Mit jedem Wort Sagst du das Und bei Malikia bewegt man Aber bewegen heißt nicht so und so Sondern so Und die Art und Weise Man macht so Schaut mal so Und das ist Das heißt aber nicht Dass man anfängt Mit kreisförmigen Bewegungen zu machen Und es gibt zwei Ansichten Von den Gelehrten bezüglich Bewegen Manche sagen Die Hadithe von Bewegung Sind Schad Außer Rehe Und deshalb Man bewegt nicht Und andere sagen Das sollte man nur zeigen Zeigen ist mit Sicherheit Bewegen ist zusätzlich Wenn die Hadithe Authentisch sind Dann kann man bewegen Wenn man davon ausgeht Und das hat mit einer Überlieferung von Saida ibn Kudama Und Saida ibn Kudama Hat 14 14 Gelehrten In diesem Zusammenhang Widersprochen Andere sagen Das ist kein Widerspruch Aber du machst das Von Anfang bis Ende Du kannst bewegen Wenn du willst Oder du kannst zeigen Wenn du willst Und die Art und Weise Ist so Allah Von Anfang bis Ende Schad Was ist Schad Doch ich habe euch erklärt Voriges Mal Was Schad Ein Schad Der mehr vertrauenswürdig ist Oder mehr angenommen wird In der Überlieferung Ja, ich habe eine Frage Ich habe eine Frage Ich bin mit meinem Bruder unterwegs gewesen Und wir sind nicht gleichzeitig Ein Gebet geschaffen Also das ist ein Gebet gewesen Und Allah zusammen gebetet Oder sind wir in die Moschee gekommen Dann haben wir noch einen Bruder gesehen Dann habe ich ihn noch mal eingeladen Und wir uns zusammen verlegen Und er meint Dass das nicht so richtig ist Und jeder Körper sich weht Das ist alles Barakallahu fekum Wenn eine Moschee Eine reguläre Gemeinschaft hat Und diese Gemeinschaft betet In der Zeit Zum Beispiel in verschiedenen Zeiten Und die haben einen Imam Diese Moschee Dann Ist eine reguläre Moschee Wenn die Jemaahe schon verrichtet worden ist Das bedeutet Die haben Gemeinschaftsgebet gebetet Und dann kommen andere Leute Die noch nicht gebetet haben Pflichtgebet Dürfen diese Eine neue Jemaahe bilden Ein neues Gemeinschaftsgebet bilden Dies Barakallahu fekum Ist umstritten bei den Gelehrten Manche Gelehrten sagen nein Und das ist die Ansicht Von Imam Malik Und das ist die richtige Ansicht Das ist die richtige Ansicht Was Imam Malik gesagt hat Und er hat das von Barakallahu fekum Von Ibn Humar Und von den anderen Gelehrten Es gibt aber andere Gelehrten Die sagen Das ist kein Problem Dass man auch eine neue Gemeinschaft macht Aber eigentlich Barakallahu fekum Es gibt keinen Beweis Dass die Sahaba Eine zweite Gemeinschaft gebildet haben In der Moschee Außer eine Überlieferung Und diese Überlieferung war so Dass der Prophet In der Gemeinschaft gebildet hat Dann kam eine Person rein Der hat noch nicht gebetet Dann sagte der Prophet Wer spendiert seinem Bruder Und gibt ihm Almosen Indem er mit ihm betet Dann haben sie gebetet zusammen Pass auf jetzt Was betet der erste? Pflicht oder Sunnah? Pflicht Und der zweite? Sunnah Jetzt werden zwei Leute Die noch nicht gebetet haben Reinkommen Was beten beide? Pflicht Ist das gleich? Nein Dann wo ist der Beweis Dass man eine zweite Jemaah bilden darf? Die Sahaba waren einmal In die Moschee gekommen Die Jemaah war zu Ende Dann haben sie einzeln gebetet Zu Hause darf man Zu Hause hören Zu Hause Oder zum Beispiel Jetzt hier in der Moschee Wenn wir draußen Dort im Zimmer Oder draußen Kein Problem Aber hier in der Moschee Damit wir kein Fitness haben Heute Meinen viele Leute Ach okay Wenn die Jemaah auch zu Ende ist Dann kommen wir Bilden wir neue Jemaah Oder zum Beispiel Es gibt Manchallah Schlaue Sogenannten Manchallah Mit großem Wissen Mit wunderbaren Charakter Mit wunderbaren Benehmen Tekfiris Ja Oder Tebdi'is Weil sie hinter dem Imam Nicht beten wollen Deshalb sagt er Schal Lass mal Wir wissen Nach 10 Minuten Beten sie Dann brauchen sie Noch 10 Minuten Lass mal Wir gehen Und dann machen wir Jemaah allein Weil sie hinter dem Imam Nicht beten wollen Und dafür zu Fitna Deshalb Eine Moschee Eine Gemeinschaft Willst du diese Gemeinschaft Mitmachen Dann komm Und mach es Wenn du das nicht erreichst Dann betet ihr einzeln Wallahu ta'ala Umstritten Es kann sein Jetzt du fragst Eine andere Person Der sagt dir Doch du darfst Zweite Jemaah Oder dritte Jemaah Bilden Dann sagst du ihm Okay Beweis Wo ist Beweis Wenn er dir sagt Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam Kam ein Mann Sagst du Halt 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 Analogie Macht man Wenn Alles gleich ist Aber hier kann man Nicht analogisch Schluss machen Weil Das ist Das nennt man Qiyasum ma'al farid Analogisch Schluss Mit Unterschied Und da kann man das nicht machen Wallahu ta'ala Wallahu ta'ala Gut Lieber nicht auch Wenn man reisender ist Da betet man In einem anderen Raum Wann zählt etwas Als Nachahmung Der Kuffar Bei dem Haarschnitt Und bei der Kleidung Gibt es ja Die Nachahmung Bei den Kuffar Aber Nachahmung Von Kuffar Zählt Wenn die Etwas Spezifisches Für sich haben Und wenn man Die Person Den Muslim Sieht Da denkt man Dass dies kein Muslim Ist Sondern da denkt man Der ist von Kuffar Und wie betrifft das Auch die weltlichen Themen Auch die weltlichen Natürlich das geht um weltlich Sowieso Religion nicht Selbstverständlich darfst du nicht Ihre Religion Überleg dir jetzt Wie unsere Kinder heute Der schießt ein Tor Und der macht Ja Weil er das gesehen hat Sowieso In Religion nicht Aber In In weltlichen Themen Das bedeutet Wenn sie bekannt sind Für etwas Ja Dann kannst du nicht Wenn du das machst Dann machst du das nach Wallahu alam Ihr habt alle gefragt Doch du hast nicht gefragt Wenn man das Gebet In der Gemeinschaft Richtet Und der Imam ist Mit dem Bezitieren fertig Es kommt zur Verbeugung Man selber ist aber Noch nicht ganz fertig Es fehlt Ein Stück Das ist super Kann man dann noch Stehen bleiben Deswegen kurz zu Ende sprechen Und sich dann verbeugen Oder muss man sich Direkt mit verbeugen Ich dachte Du hast dich vorbereitet Dass du antworten Okay Der Bruder sagt Wir sind im Gebet Gemeinschaftsgebet Und der Imam Lies den Fatiha schnell Wie ich zum Beispiel Ich lese den Fatiha schnell Und dann mache ich Verbeugung Aber der ist noch nicht fertig Mit Mit dem Fatiha Soll er sich verbeugen Oder wartet Du darfst nicht Du darfst nicht Zwei Säulen Ein Verzug Sein Mit dem Imam Pass auf Das wird zum Beispiel Der Imam hat Vorbeugung gemacht Und der Imam ist wieder Im Stehen Und der will So so gut Du musst hier Schnell dann Ihm folgen Weil wenn du das nicht machst Dann gilt das eventuell Als ob du Das Gebet Hinter dem Imam Verlassen hättest Nicht die Sura Al-Fatiha Wenn du schnell Lesen kannst Dann kannst du machen Abou Jamal Darf ich zwei Minuten Nur das in schnell machen Wir machen Die Zwei Minuten Fünf Minuten Darf man für einen Das ist eine interessante Frage Darf man für einen Verstorbenen Umrah machen Oder auch Hajj Ja Man darf Für einen Verstorbenen Umrah Und Hajj Muslim Natürlich Umrah Und Hajj Machen Darf man das direkt Nach der eigenen Umrah Vollziehen Das haben wir heute Erklärt Barakallofikum Dass dies nicht Die Sunnah ist Darf man Hunde halten Aber dann Hund im Garten haben Wenn dieser Hund Für Wachen Ist Oder zum Beispiel Für Jagd Jagd Wach Und Zerah Zerah Das bedeutet Hirtenhund Ja Auch Blindenhund Naja Kein Problem Sonst nicht Was ist die Hikmah Dass die Frau Während der Hajj Und Umrah Kein Niqab Tragen Soll Weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam sagte Das erstmal als Grund Und Hikmah ist Wenn sie das zieht Auf ihr Gesicht Oder wenn sie das Die Handschuhe zieht Dann ist das Wie Etwas Was ihren Körper Zeigt Und damit Die Frau Auch wie die Männer Die Männer zum Beispiel Die ziehen sich Nur Rida Und Isar Und damit Die Frau Auch etwas macht Deshalb Keine Gesicht Bedeckung Und kein Barakallofikum Wie sagt man Handschuhe Schuhe Fertig Wollah Abu Jamal Ich weiß nicht Auf jeden Fall Wenn Abu Jamal Sagt Reicht Reicht Wir holen Programm Sitz Wir sind noch nicht fertig Dass man aufsteht Ja Ein Augenblick Wollah Auf Wiedersehen Morgen Früh Ist dann Viertel Gebet Um Viertel Nach Sechs Ne Sechs Ufünftüchzig Sehe ich hier Acht Uhr Bis Acht Ufünftüchzig Ist Frühstück Und dann Fängt man Schon mit Im ersten Unterricht Um Neun Uhr Bis Zehn Ufünftüchzig Da geht es um Die Ereignisse Nach der Auferstehung Das heißt So Und dann Kommt Cheikh Abul Hussein Danach 11 Uhr Bis 12.30 Uhr Macht er Bestattungsregel Inshallah Und danach Ist dann Die Verabschiedung Und geplant Husband Hat er geplant? Ja 15 Uhr 15 Uhr Wer gut spielen will Der kann zu mir kommen Die Geschwister Mit der Aufnahme Sie können morgen Dann live Aufnehmen Die Unterricht Inshallah Amel Und sonst Bitte Morgen live Machen wir live Auch Aufnehmen Und live Übertragen Tamam Ja Inshallah Die Geschwister Die können sich jetzt Zur Ruhe Begeben Und morgen Freu Inshallah Geht's Reise Subhanallah Ma'lunah Und Die Vielen Dank.